so dann gehen wir noch mal hier zurück in den Händler und dann verscheuern wir dann nochmal unseren ganzen Brüll Händler? Irgendwo noch ein Händler? Bisschen wir erst wieder ins ins Trade District und dann wollen wir aber dann verkaufen wir nochmal schnell den Rest und dann gucken wir mal äh na sag mal schnell hier dann gucken wir nochmal schnell dann verkaufen wir nochmal schnell unsere überflüssigen Rohstoffe die wir nicht brauchen und nicht verwenden können und dann dann ziehen wir mal los in Richtung keine Ahnung Adventure District will ich nicht, alter will ich nicht, will ich nicht Junge, 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 Junge dann wir hier ja bei dem kann ich doch mein Zeug auch sicherlich verkaufen, oder? mal Keule kann ich bei dem mein Zeug verkaufen kann ich, ne? kann ich natürlich nicht, man mystisch hätte ich ja klappen können, ne? ich würde gerne wondering mal Es ich werde irgendwo nochmal litermann semmer Prozent Prozent Klappendlo Händler Händler Andra Händler Schienen keine Händler mehr wir verarschen oder was Klappendlo Alta Ich will doch jetzt so schnell das verkaufen Mann Da Da kann man verkaufen Beim Dings Nur bei Dings Weißt du genau bei Dings Hier beim Waffenhändler können wir unseren Kram hier loswerden Und das ist zum Glück auch gar nicht laut Gar nicht mehr ficht die beiden Möscheln Die Goldbein 6 Die beiden Mömer Die komischen Leuchtpilze Die kann natürlich auch 6 6 6 So dann muss man noch mal gucken in welche Richtung für uns auf Buch Huch 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 So dann müssen wir mal gucken in welche Richtung wir uns aufmachen wollen Und ich wäre dafür dass wir uns noch mal irgendwo ins Bett packen Bis das wieder hell ist Ich würde Ich würde sagen wir halten uns mal südlich ne Richtung Süden schön immer in der tschung so aber ich finde der schon nicht schlecht wenn wir uns noch mal kurz ein bisschen auf aufs Met packen könnten und ein bisschen abratzen können ist ja schon 0 Prozent zwei und dreißig und um drei so weit wird schon wieder hell und deswegen schnarch 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 das werde ich meinen dann kann man gleich schnell wieder im hellen los und das ist doch besser als wenn wir jetzt hier irgendwie im dunkeln rumrennen und eh nichts sehen und finde ich zumindest also ich weiß ja nicht wie ihr dazu seht und aber ich finde wenn man im hellen läuft dann sieht man wenigstens was dann kann man ein paar Mobs abschlachten und wenn man schon mal die Gelegenheit hat hier eben fix zu pennen dann kann man auch eben pennen oder was und hier wegen um auf Dings zurückzukommen ne weißt du da ist wieder Dings ne ich mein Diablo dann könnt ihr ja mal sagen ob ihr Bock drauf hättet und so und dann könnte man das ja vielleicht mal eventuell verwirklichen und dann könnten wir hier ne Runde Diablo zocken Diablo 2 wär doch irgendwie cool ist ja auch schon bald so ein Retro Game Diablo 2 boah wie alt war ich als das relativ neu war da war ich neun oder so also auch schon zehn Jahre alt wenn überhaupt wenn nicht schon länger weiß ich jetzt gar nicht so ehrlich gesagt wie alt Diablo 2 ist so Freunde wir können auch schon losziehen ist draußen auch schon wieder relativ hell ich betone mal relativ und wir latschen mal in Richtung Süden weil wir immer in Richtung Süden gehen und Tradition soll man nicht soll man nicht brechen lassen und deswegen machen wir dann einfach mal so und latschen hier mal wieder fröhlich in Richtung in Richtung Süden und guck mal was uns doch so schönes erwarten wird und ne wie das neue Schwert so ist was noch nicht fertig ist deswegen bisschen scheiße aussieht Joa und dann dann schauen wir mal ne schauen wir mal was uns hier so erwartet und 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 davon ist Gaktus in ihm natürlich wieder mit jetzt haben wir wieder Platz für Kakteen oder schon Lama kein Lama sich für den Scheiß Lama man muss man auf Lama wie ich immer auf Lama kommen ist auch ein Scheiß Kamel ja du Scheiß Kamel schon richtig gehört Scheiß Kamel kein gutes Kamel kein gutes Kamel zack umgelegt geht gut das neue Schwert finde ich wenn das jetzt immer so läuft na denn denn ist 100 Punkte oh na du mal Ork komm her du mal Ork huch huch was dir meiner sagen können dass es ein Fan-Kampter ist da ja komm herrn er hat sich kein Schatz wir haben haben kam 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 umgelegt so hier ist ein Haufen Insekts, die nehmen wir auch immer wieder gerne mit dem können wir schön leveln ich spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level das ist was ich meine ach du scheiße ach naja den kriegen wir locker hier wo ist er denn wenn du unbedingt sterben willst dann kriegen wir dorthin um zwei vier vier Prozent und vier Richtigkeit Junge Junge um arm Trinkmann im 6 und Tränkchen Hallo? Trank drin? Dankeschön. Vielen Dank für den Trank. Und weiter geht's. Gleich den nächsten ranholen hier. Nordiger. Jaja, nicht Fahrwerk auf. Dann auch wieder eine Kumpel uns alle auch. Barm umgelegt. Easy going. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Da vorne ist ein Kaktus. Den sammeln wir auch ein. So wie eh und je. Und dann wollen wir mal schauen. Uh. Nee, doch nicht. Ich dachte, es wären diese kleinen, äh, diese Sandlöwen. Oder was auch immer das sein soll. Ich weiß es ja immer noch nicht. Ich müsste mal nachgucken. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, was das sein könnte, als diese komischen Sandlöwen. Könnte ich mir nichts anderes vorstellen. Bam. So. Und mal weiter. Und weiter. Den hauen wir auch gleich nochmal. Bam, 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 bam. Mal her mit dem Scheiß. Mal her mit dem Scheiß. Äh. Ups. Die lassen wir mal schön in Ruhe. Die umgehen wir mal ein bisschen. Ja, genau, dreht doch um. Warum denn nicht? Nachher wollen wir uns auch killen, und denn? Haben wir den Salat. Ich will aber kein Hexensalat sein. So. Bam. Oh, ja, Krascher. Den haben wir zerlegt. Zerlegt und zersägt. Juhu. 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 Hoppe, hoppe, rei da. Wir laufen immer weiter. Die Wüste entlang. Da, 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 da. Vielmehr ist gerade nichts Gutes ein. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Juhu. Wieso, wo kommt denn der so gut mehr? Das ist ein bisschen schwer. Oh. Ihr seid nicht schwer. Ja, ja, halt mal der Maul, Digga. Halt dein Maul halt gesagt. 5 EP lohnt sich eigentlich auch schon fast, ne? Können man ja mal machen, ne? Bluu. Pam. Hier kommt's auch herkommen. Na. Nicht alle auf einmal hier. Auch zahllederart. Was haben wir hier denn noch? Nehmen wir mit. Die haben uns ja fast gar nichts abgezogen. Das ist ja easy. Dann kriegen wir 5 EP dafür. Das ist ja top. Hallo. Das geht ja ab. Komm jetzt her. Ich meine natürlich auch noch Platten. Bäm. Cool. Und du kannst auch gleich herkommen und bring deine Freunde am besten auch gleich alle mit. hier. Das läuft ja richtig gut hier mit uns. Bam bam bam. Ja. Na. Und wir sammeln ja alle auf. Das hat nur so qualmte, dass er der Blanke wahnsinn. Oh. 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 Das hat sich arabisch gekauft. Oh. hier vor den pool ich mir komm herr du alter boss wieder ganz zauber mit solcher ist ein das und wie sie mir bei ihm gerade noch eine und er hat den drucker wenn er noch nicht wird was hat denn wo kommt der denn her n n n n n n n n n hier gar nicht mehr durch. Oh. Wäre der Fockman dann auch noch? Das ist ja scheiße. Naja. Dann sehen wir wie es weitergeht in der nächsten Folge, Freunde. Tschüss, bis dahin.